Ein super Werkzeug, um wirklich die Form neu zu gestalten, ist in den Brushes das Move Tool. Das Move Tool, wenn du hier mit dem Pinsel ansetzt, klebt sich der Pinsel quasi hier an der Nase fest und du kannst diese Nase ausfahren in eine Richtung, so wie es dir passt. Und du kannst natürlich dadurch wesentlich die Form verändern. Du siehst, dass das Netz dabei etwas gröber wird und du musst hier auch die Stärke natürlich einstellen und kannst damit eigentlich wirklich neue Formen festlegen. Du siehst, alles was meinen Kreis abdeckt, wird gezogen und bewegt. Natürlich in der Mitte am stärksten, aber ich kann schrittweise natürlich eben hier Formen generieren, zusätzliche Netzformen generieren, die ich dann später wieder mit anderen Werkzeugen verfeinert bearbeiten kann. Und dann geht es mit dem Du siehst, dass es die Mögen komplett nicht Alaska ist.